Hallo, hier ist der Martin von Money Mankey, ist das die DAX Analyse für Montag, den 12.10.2020 und ja, unser DAX, das sieht recht eindeutig aus, wie als lässt er hier die Rakete nach oben starten, richtig sicher, wenn man die Aktion sieht, so richtig sicher sein kann man sich trotzdem nicht, aber wir haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit nach oben, das ist einfach so, das ist Fakt. Wir haben ja gestern so ein bisschen darüber gesprochen, beziehungsweise für die Analyse vom Freitag haben wir das schon mal durchgekaut, was passiert denn, wenn der DAX einfach nur zur Seite liegen bleibt, wie werten wir das für uns, wie ist es zu interpretieren und so weiter und so fort, sind zur Erkenntnis gekommen, es wäre im Grunde genommen in der Analyse, es wäre legitim, wenn er einfach ein bisschen zur Seite rumscheuert, wenn er auch hier draußen bleibt, einfach nur schwach tut, ohne aber zu fallen, weil er dann eben hinten raussteigen könnte. Also Montag, es sind natürlich, wir kennen das aus den letzten Wochen, aus den letzten Monaten sogar schon fast, sind jetzt perspektivisch eigentlich immer die Tage gewesen, wo der Markt schon tendenziell sehr stark nach oben getrieben hat. Also wenn man da die letzte Woche guckt, das ist jetzt nicht so krass gewesen, da war ein kleines Aufwärtsgap, ein bisschen rumgeeiert, hat er nicht ganz zugemacht, bei 12, 9, 7, wo war das gewesen, 12, 7, 8, genau, 12, 7, 8, 12, 7, 5 rum, das hat er nicht gemacht, hat einen langen Tag nach oben gesteckt, das ist die Woche davor gewesen, also der Einzige, der hier so ein bisschen quer reingeschossen hat, war der, aber die Montage haben schon immer deutlich durchgezogen die letzten Wochen, das muss man, das muss man einfach so sagen, ich glaube, nee, das war ein Donnerstag gewesen, aber wenn wir hier drin schauen, das ist auch Montag gewesen, also da sehen Sie, das ist, da ist überall Zucht dahinter gewesen, und deswegen wird es einfach passen. Wenn er es probiert, jetzt oben raus, zum Montag, oder dann eben auch nicht, ne, dass es scheitert, und dieses, oder auch nicht, wir können das recht leicht eingrenzen, ja, also, das ist wieder so, ich sag mal, so eine Analyse, wo Sie sich eigentlich einen schönen Zettel an den Bildschirm machen können, und eigentlich sagen können, alles, was oberhalb von 13,50, oberhalb von 13,35, so die Zone, 13,60 bis 13,35, alles, was da oberhalb stattfindet, ist im Grunde relativ leicht nach oben raus, da kann er sich verwirklichen, kann er versuchen, hier in den Trend reinzugehen, kann er versuchen, oben rauszuziehen, er hält es dabei nicht schwer, ne, es wäre von der Positionierung, von der Trendseite her, dadurch, dass wir ja auch hier diese Abwärtstrendlinie überwunden haben, ähm, da sagen immer viele, hey, das letzte Hoch ist doch hier, ähm, ist denn nicht erst hier der Abwärtstrend unterbrochen, wenn man es so analysiert, müsste man sagen, hier ist das letzte Hoch gewesen, und der wäre auch schon drüber, der wäre auch gebrochen, deswegen gehe ich immer hier hin, natürlich könnte man auch sagen, ab dem Hoch ist dann der Abwärtstrend gebrochen, ab, ab dem Hoch geht der, geht der Markt drüber, ab dem Hoch hat er das letzte Hoch überwunden, wäre dann im Aufwärtstrend, ich orientiere mich gerne an diesen, an diesen Linien, weil ich einfach immer wieder sehe, dass der Dax sehr, sehr, sehr gerne damit spielt, halt, gar nicht unbedingt, dass er im dritten Ausbruch gleich direkt schön oben rausläuft, ne, das wird immer ein bisschen wackelig, immer ein bisschen gezuppelt, weil sie sehen das, der hat ja mit jeder einzelnen Kerze, hat er hier nochmal oben auf dem Trend drauf rumgetanzt, das ist für mich so ein Punkt, warum ich die Linien halt gerne so ziehe, warum ich gerne damit arbeite halt, ne, nicht weil es immer zu 100% klappt, aber weil es immer wieder schöne Reaktionen am Markt gibt, die wir einfach nutzen können, so, und unsere Aufgabe wäre jetzt zum Montag einfach immer ein bisschen zu gucken, Titel am besten an den Bildschirm machen, so wie oberhalb von 1360, 1335 hat der Dax Aufwärtstendenz, in erster Linie vielleicht nochmal die 13100 zu probieren, ich denke, er geht da ein bisschen drüber, 1330 vielleicht, 13150, und wenn er da konstant bleibt und weiter treibt, die kann nach oben ein Level nach dem anderen rausnehmen, weil die Abwärtstrendlinie gebrochen ist, das heißt, wenn der Markt hier tatsächlich dann in steigende Hochs übergeht, kann man sogar, also auch oberhalb von 13150 noch, ne, das ist für mich so nach wie vor so eine Überraschungsmarke, die erzähle ich Ihnen schon den ganzen letzten Tagen hier, da haben wir schon hier drüber gesprochen, als der Dax hier stand, dass er gegebenenfalls oben über den Channel eben drüber läuft, weil er das eben, wenn er hier unten das nicht hinkriegt, oft macht, dass er dann nochmal an die Kante oben rangeht, ne, und da haben wir schon damals schon über die 13150 gesprochen, die bleibt für mich, das bleibt für mich weiterhin noch so ein Pufferzone, in der, ich sag mal, so ein Fehlausbruch auch noch legitim wäre, ne, und alles, was drüber geht, mit jedem weiteren Hoch gehen Sie nicht davon aus, dass der von 13300 dann noch den übelsten Sturzflug nach unten machen muss, das wird dann immer unwahrscheinlich und so weiter hochgehen, ne, also dann kriegt er eher nochmal Tendenzen Richtung 75, das ist jetzt hier auch nicht viel Programm, wenn Sie das mal sehen, was wir hier in 1-2 Tagen schaffen können, ne, diese Strecken, die er an 1-2 schönen Trendtagen macht, das ist letztendlich, gucken Sie mal, das ist so eine Strecke hier, das ist kein Akt, also Montag, Dienstag, wenn er oben raus treibt, sollte man schon aufpassen, insbesondere oberhalb auch über 13150, ich würde wirklich, ich würde es auf 1360 bis 1335 festmachen, und ich würde aber auch hingehen, und da sind wir wieder bei dem Punkt mit der Analyse und mit unserem Bild hier, ne, dann bockt es schon deutlich rum, also ein richtiger Ausbruch ist es nicht, ne, das kann hinten raus noch werden, und das sieht man im Tag sehr, sehr, sehr oft, dass er das eben erst hinten rausbringt und vorher einfach nur rumtäuscht, ja, aber es sind keine Ausbruchskerzen, das sind keine langen grünen Kerzen da, die hier quasi jetzt diesen Ausbruch feiern, ne, der wird vom Markt momentan nicht wirklich krass gekauft, der wird aber auch noch nicht verkauft, und da ist jetzt so der Punkt, es braucht einen Impuls, um das jetzt aufzulösen, dieses kleine Seitwärts, was Sie auch gesehen haben, wird dieser Impuls nach oben gesetzt, durch kräftige grüne Kerzen, dann ist hier oben gute Offenheit, ne, 13180, 150, 13200, 13300, 13450, 1350, 13570, 13650, das sind auch noch überall Gapskanten hier, ne, das wird dann flockig nach oben, aber geht er tief, geht er lang, drückt er lange rote Kerzen zum Montag, oder startet er vielleicht so verkrüppelt rein, halt, ne, kleine Eröffnung, dann vielleicht 1380, 13100, so zu, ich sag mal, 9 Uhr, 9.30 Uhr, und dreht sich dann runter, und macht lange rote Kerzen wieder unter die 13. Da muss man aufpassen, muss man aufpassen, weil, wenn er hier einen Fehlausbruch macht, ja, ein bisschen Puffer sollte man ihn geben, aber wenn er hier oben einen Fehlausbruch macht, das mag der DAX nicht, ja, der DAX ist schon ein Freund davon, Signale direkt zu setzen, oder das völlig zu verkrebeln, und völlig zu verkrebeln, heißt in dem Moment, wo er jetzt hier das Kaufsignal verpatzt, den Ausbruch verpatzt, also bis in die Mitte von diesem Trend, noch mal mindestens zurückgestarkt werden kann, aber vielleicht sogar auch bis zur kompletten Unerkannte, also das wäre sehr üblich, in dem Moment, wo er den Ausbruch verkackt, wo er wieder einen langen roten Kerzen in diesem Trend-Channel schließt, dass er dann auch sich fast mittig noch mal reinlegt, also so ein Bereich um 700, das wäre legitim, das wäre vollkommen legitim, selbst 6,40, das wäre vollkommen legitim, um danach noch mal einen Angriff zu nehmen, in dem Moment, wo nämlich hier diese Aufwärts-Trendlinie, die man dann hier ziehen müsste, wenn die bricht, das ist so typisch für einen DAX einfach, dort wird ein Verkaufssignal eintreten, da würden Leute short gehen, dann könnte er sich rausdrehen, oder er triggert das an, nimmt dieses Verkaufssignal und drückt es durch, ja und deswegen würde ich schon, ich würde sogar schon, wir haben hier noch diesen Puffer drin, ja, aber ich würde durchaus sagen, unterhalb von 13.000 zum Montag, das sollte man auf dem Zettel stehen haben, muss vorsichtig gelten halt, wenn man da die übelsten Ideen kriegt, Long zu kriegen, und die Kerzen sind noch rot, dann sollten sie das hinterfragen, wenn er hier unten sich schön auftritt, und er drückt sich hoch, ja klar, ist eine schöne Chance, aber wenn der lang durchzieht, rot, das steht schnell unter der 12,69, dann steht er hier am Gap-Kloss, 12,9,47, und wenn er da keinen Bock hat zu drehen, dann geht er auf die 900, geht 39, und dann wird es so langsam Richtung 800 interessant halt, auch hier haben wir noch ein offenes Gap stehen, also, ich würde es wirklich, ich würde versuchen, mich auf die 13.000 zu fokussieren, ein bisschen hier diese 9,60, 9,30 als Pufferzone im Kopf behalten, und was darunter geht, das sehe ich persönlich Richtung 12,800, und dann eben mit Risiko auszurasten, ja, hier unten auch noch offenes Gap, um die 12,700, 12,7,8, dann die 12,6, das sind alles interessante Ziele, aber da braucht er erst, er muss zeigen, dass er diesen Ausbruch nicht machen will, lange rote Kerzen runter, oder jetzt lange grüne Kerzen raus, macht er nur seitwärts zur Seite, ist es nicht, als Schwäche zu werten, das nochmal, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, das ist keine Schwäche, weil es ist seitwärts auf hohem Niveau, wartet auf neue Käufer, ja, und das ist erst ein Short-Tund, wenn er das wegrotzt, wenn er lange rote Kerzen in den Channel wieder reindrückt, ja, dann nicht unbedingt beim Stundenschluss, bei 12,999 gleich Short rücken, lassen Sie ihn da ruhig ein bisschen, deswegen ist glaube ich die Puffer, der Pufferbereich ist ganz gut hier, den wir hier haben, so 9,30, 9,60, das sollte man ihm toleranzseitig noch zugestehen, aber was tiefer geht, ich glaube, dann macht er das Gap noch zu, ja, okay, dann würde ich es hierbei belassen, Tagesschart hat sich jetzt nicht großartig geändert, der fuchtelt da immer noch an der Keilkante rum, und zudem ist hier irgendwie gerade mein Internet weggebrochen, alles tot hier gerade, brauchen wir aber nicht reingucken, durfte sich nichts verändert haben, wir stehen ja exakt auf dem gleichen Niveau, also wo sind wir am Vortag rausgegangen, Donnerstag, letzte Kerze, die hat geschlossen bei 13,65, rausgegangen sind wir bei 13,58, das ist eine Doji oder irgendwie sowas, da brauchen wir nicht drauf gucken, das hat sich nicht verändert, ja, von daher wünsche ich einen guten Wochenstart, und wie gesagt, haben Sie das ein bisschen im Hinterkopf, schreiben Sie sich ruhig einen kleinen Zettel, den Sie für den Tag jetzt zum Handeln mitnehmen können, die Montage haben wir immer durchgezogen, die letzten Tage immer, oft sogar vom Gap weg, also die letzten Montage haben wir eigentlich fast immer die Gaps offen gelassen, und sind dann in einem langen Tag davon gezogen, das war auch ein Montag hier, auch Gap, auch offen gelassen, lang gezogen, also das sollte man einfach ein bisschen im Hinterkopf mit behalten halt, nicht, dass du vielleicht einen Abwärtsgap machst und die erste Idee, die sie haben müssen, long reinzulegen, kann natürlich auch klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist aktuell dafür nicht unbedingt erhöht, okay, so, damit mache ich jetzt hier zu, wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen, und wir hören uns dann morgen wieder, bis dahin, ciao, und wir hören uns dann, bis zum nächsten Mal,